Mal gucken, ob ich hier den Weg noch weiß. Oh, ein Secret. Redego 6. Ne Skulltula. Dann haben wir das. Dann, glaube ich, muss ich nach... Äh, nicht nach rechts. Ich hätte, glaube ich, nach links nochmal gehen sollen. Links und dann geradeaus. Lass mich hoch. Oh, da fliegt sie. Hi. Hä, die ist ja gar nicht verletzt. Did you need me for something? Help me look for her. Ach, die sucht nach ihr. Hier. Da ist sie. Ich habe keine Flasche. Die Frage ist jetzt, ob ich sehe, ob ich die Schwester jetzt im Wald, also in dem Shop ansprechen muss oder nicht. Ich probiere es mal. Vor allem, ich darf die... Ich darf die Kaffee-Quest darf ich nicht vergessen. Die muss ich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich glaube, es gibt irgendwann genauso wie zu OOT einen PC-Port. Same. Weil der PC-Port ist richtig gut. Die ist im Wald, aber ich habe sie gefunden. Muss ich jetzt echt nochmal in den Wald rein und sagen, ey, da ist sie? Ich dachte, die bleibt ja immer im Shop. Oder zumindest war das in der 3DS-Version so. Ich habe halt leider nur die Version im Kopf. Ja, für Majora's Mask. Also das sehen viele nicht so, aber ich bin... Ich bleibe mehr Majora's Mask Fan als Ocarina of Time. Deswegen würde ich jetzt auch gerade so gerne mehr Majora's Mask Randomizer kennenlernen als Ocarina of Time Randomizer. Weil ich liebe Majora's Mask. Dann versuche ich die Schwester nochmal zu finden und sagen so, ey, da ist sie, da. Oh, es war geradeaus. Vergess es jedes Mal. Hab sie gefunden. You traded the Moon's Tier for a Land Title Deed. Okay, das kann ich einen... Das kann ich einen Händler Deku wieder geben. Das weiß ich. Glaube ich. Aber das bringt mir nichts, wenn ich kein Deku bin. Majora's Mask sind so viele Punkten besser als Ocarina of Time und manche Punkten auch schlechter, finde ich. Zum Beispiel die Dungeons sind in Ocarina of Time besser. Das stimmt. Dafür ist aber auf der einen Seite halt wieder die Welt an sich, so diese gesamte Welt, deutlich besser als Ocarina of Time. Oh, ich brauche unbedingt Deku-Link. Jetzt, wo ich diese ganzen Bestätigungen da, sag ich mal, kriege, damit ich die Blumen von den Händlern nutzen kann. Hm. Was könnte ich gerade machen? Ich habe Bombenmaske. Also solange ich keine Flasche habe, komme ich im Sumpf nicht weiter. Deswegen hat Flasche gerade eine sehr hohe Priorität. Ich könnte da hinten noch gucken bei den Soras. Da vorne könnte ich noch was wegsprengen und eine Kiste holen. Einer. Ach, stimmt. Die ist ja auch noch. Äh. Hier in die Kiste komme ich erstmal nicht ran. Die fallen alle ins Wasser. Rubine. Auge der Wahrheit! Oh nein. Ich brauche die Zora-Maske. Ich bin tot. Ich brauche die Zora-Maske für Auge der Wahrheit. Boah. Ich versuche mal hier hochzukommen, obwohl ich diesen Jump hier nie geschafft habe. Das ist auch gar nicht, wie der wirklich geht, außer nur, dass man hier stehen kann. Ich glaube, das reicht. Yes! Lichtpfeile. Okay. Ultra stark. Gut, dann können wir mal jetzt auschecken, ob Androids endlich da ist. Hoffentlich ist sie da, damit ich die Quest mal machen kann. Die ist nicht da. Wann ist sie denn da? Ist die um Mitternacht da? Ich glaube, die ist um Mitternacht, ist sie da. Weiß schon wieder nicht, wo die ist. Aber ich kann mal hier gucken, ob ich hier hochkomme. Weil hier kenne ich auch noch einen Glitch. Nur ich weiß nicht, ob ich dafür Deku-Sticks brauche oder ob das so mit dem Schwert geht. Weil ich will dann oben nämlich auf die Kiste rauf. Ich glaube, das muss ich mit Deku-Sticks machen. Oder? Das ist egal. Nee. Daher gehst du es. Schade. Dann brauche ich wohl erst einen Enterhaken. Oder halt Dekolink. Es ist ja gleich Mitternacht. Ich will mal gerade gucken. Oh, ist die Hand hier? Nee. Ich könnte aber das hier als Papier geben. Wenn die da ist. Das auf jeden Fall. Und hier ist noch zu, ne? Ja. Ist ja die... Die ist ne Chest. Lol. Ist cool, du lach. You can hear whoever is next door for crying out loud. Das ist auch für die Quest. Ich glaube, ich muss aber eh nochmal zum ersten Tag zurück. Ich glaube, ich habe das jetzt schon verkackt mit der Quest. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt schon verkackt mit der Quest. Aber ich kann es probieren. Es ist jetzt erst mal Mitternacht, Tag 2. Mal gucken, ob sie da ist. Der Typ ist immer noch hier. Wann ist Andrew da? Ich glaube, ich muss nachschauen, wo... Oder wann Andrew hier ist. Weil das verwirrt mich extrem. Weil normal ist die auch schon am ersten Tag so abends hier. Wenn das Hotel geschlossen hat. Was kann ich gerade noch machen? Ja, ich könnte zum... Ich könnte zu den Snow Peaks. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich habe ja einen Bogen. Stimmt, ich wollte auch mal hier runter in die Höhle. Habe ich komplett vergessen. Oh, der Typ ist da oben. Warte, 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 warte. Ich gebe ihm noch ein Item. Moment. Hätte ich auch wieder fast vergessen. Komm her. I'm disappointed, Omuna have died. If only I had taught my new dance to someone. Hey, gibt der mir... Gibt der uns normalerweise nichts? Oder irgendwas? Der hat mich wirklich gehittet. Krass. Mann, warum sind die aber auch so riesig? Wie hittet der mich? Ich glaube, ich kann den gar nicht deutschen. Oder? Ich mache den hier. Ne, ich darf keinen Sprung... keinen Sprungangriff machen. Bro. Gott, sind die schwer. Ach, nee, nee, nee. Ich komme von der anderen Seite jetzt raus. Ich werde da jetzt nicht die ganze Zeit rundherum gehen. Ich meine, mit nur zwei Herzen sind die schwer. Auaa. Kann ich euch mit einem Bogen hitten? Sonst ist echt viel zu anstrengend. Perfekt, das mache ich jetzt auch. Down. Mal sehen, was die Kiste für uns hat. Ein Herzteil. Ich könnte jetzt mit den 99 Rubinen, könnte ich mir jetzt das Bombers Notebook holen. Das mache ich jetzt auch. Na, 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 na. Oh, Banger. Kicken die mehr wie der Schnee aus Kolumbien. Just Legends. Ja? Ja, doch. Doch, würde ich schon sagen. Da, 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 da. Ja, da, 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 da Ich werde es hinkriegen. Ich schaffe die Prüfung. Final Boss. 30 Punkte muss ich machen, ne? Yeah. Pumptschuss. Die verlier ich eh gleich wieder. Ich muss gleich mal die Zeit zurückdrehen. Das ist der letzte Tag. Oh, ist das ein Banger. Ich muss mal Mario 64 Speedruns machen. Ich habe noch nie einen gemacht. Die gute Frau hier. Oh, die sind beim dritten Tag weg. Bestimmt, diese ganzen Leute sind weg. Ich kann mir kein Item mehr von ihr holen. Äh. Banger. Ich habe Maske of Love. Ah. 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 The couple's mask. What a nice reminder. So a young couple has been married. Did my wife flee? What? What did you just say? We are all worried for our families. Why don't we end this meeting? Oh, man. Irgendwas wollte ich noch machen, bevor ich die Zeit zurückdrehe. Ne, ich glaube, ich mache es einfach jetzt. Ich glaube, ich mache es jetzt. Save and return to the dawn of the first day. Yes. Bitte. Babababababa. Bababababa. Bababababa. Ich hole mal die Rubine direkt da oben an. Also auf der Kiste oben drauf. Ich frage mich, was ich kriege, wenn ich die 200 Rubine voll habe. Äh. Bei der Bank. Deswegen werde ich jetzt auch mal für ein paar Rupees hier farmen. Mal gucken, was wir kriegen. Dann hole ich mir da noch am Baum die Rupees ab. Weil ich meine, wir brauchen 200, damit wir bei der Bank ein Item kriegen. Dann hole ich mir hier noch ein paar Items. Ein paar Pfeile. Bomben. Und den ganzen Kram, was man im Leben braucht. Dann brauchst du Bomben einfach. Joink. Meine Rubine. Warte, habe ich die? Okay. Ich habe das Item für die Quest nicht mehr. Das ist okay. Das kann ich wiederholen. Weil die Shops müssen sich ja auch resetten, wenn ich die Sachen nicht habe. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da hinten schon drin war. Hier. Ich glaube nicht. Path to Ikana Grotto hold Skuldula. 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 Ich glaube, hier war ich schon drin. Nur Millenvers. Okay. Ich muss jetzt nur wissen, wann Anju da ist, wo ich sie brauche. Ich hole mir den Key, hole ich mir mal wieder. Und ich gehe zum Shop. Ich habe gar nicht gesehen, was der Corona eigentlich verkauft. Aber der müsste normale Bomben verkaufen. So, gib mal her. Ja, komm. Herzteil. 40 Rubine. 50 Rubine für 50 Rubine. Okay. Der hat nur so ein Powder-Kirke. Gut. Wann? Welche Uhrzeit ist Anju da? Nur das muss ich wissen. Ah. Ich brauche generell... Ich brauche diese Carphile-Maske. Brauche ich zuerst, damit ich die Quest überhaupt triggern kann. Aber vielleicht ist das beim Randomizer anders. Kann sein, dass das durch den Randomizer anders ist. Aber der Postbote müsste so gegen 10... Jetzt haben wir es ja 8. So gegen 10 müsste der Postbote dann auch hier im Hotel sein. Deswegen werde ich mal die Zeit wieder normal laufen lassen. So, währenddessen kann ich ja da oben zu der Frau hingehen, die auch hier drin ist. Und die drücken so ein Item in die Hand. Vielleicht gibt sie mir sogar die Carphile-Maske. Open to the public from... 8... Äh, from 10 a.m. Oh. Bro, is up. You're staying the night? I'm terribly sorry. There are no... We've been booked with the... Okay. Aber ich habe den Key schon. Das ist kein Problem. Ich habe da oben auch schon die Kiste geöffnet. Ich kann dir das nicht einfach so zeigen, oder? Also nicht im Hotel hier drin. Ne. Da ist der gute Mann. Was ist das? Hier, ein Brief für dich. Ein Brief? From the Postbox somewhere. Da haben wir die Quest getriggert. Weil jetzt hat sie von Kaffee... Hat sie jetzt einen Brief bekommen. Did I by chance ask you the same thing earlier? Oh, und hier brauche ich die Carphile-Maske. Und ich habe die nicht. Okay. Ah, Gott. Und ich habe sie nicht. Ja, okay. Ohne die... Ohne die Kaffee-Maske ist das unmöglich. Ja. Ich kann die Quest erstmal liegen lassen. Krass. Ich brauche dafür echt die Maske, obwohl ich schon ein Item habe, zum Hergeben für die Quest, was deutlich schon weiter ist. Moment. Der Gorone kommt hier rein. Die laufen generell alle voll lustig. Aber der Postbox ist eh der Beste. We booked solid with reservations. I should have a reservation, Goro. The name is Majel. Don't you have it, Goro? Ah, Mr. Majel. I do have your reservation. Your room is our knife chamber on the second floor. This is your room key. Was zu Majel? Warum heißt der Majel? Was? Okay, wo... Wo... Ich bin so verwirrt gerade. Also entweder sagt sie das zum Gorone oder zu mir. Geht der jetzt echt in mein Zimmer? Das ist mein Zimmer. Was willst du? Oder kommt er jetzt hier rein? Oh. Was ist er hier? Guru Guru. Könnte halt mit dem Goron Lollaby... Könnte ich... Könnte mich jetzt generell zum Snowhead mounten. Könnte ich mich einfach hinbewegen gerade. Weil die Sachen habe ich ja dafür. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Vielleicht kriege ich ja die Kaffee-Quest irgendwann. Zwar leider keine Goron-Maske, aber... Warte, es hieß doch... Es hieß doch, dass das Goron-Baby Song of Healing hat. Und ich habe Goron Lollaby. Stimmt. Das heißt, auf geht zu den Goron. Zack. Zack. Und Weg ist offen. Und dann, wenn ich... Wenn ich Goron Lollaby am Goron-Baby nutze, dann bin ich wirklich... Also was so Story-Sachen angeht, bin ich safe. Was so wichtige Story-Sachen angeht. Was hat er da oben? Hat er denn eine Froschmaske? Okay. Er braucht was zum Fooden. Das habe ich gerade nicht. Dann erstmal auf zu den Goron. Und eine leere Flasche brauche ich halt unbedingt. Eieiei, wer ist er? Hast du Rubine? Ich droppe keine. Da hinten ist halt Tingle wieder und ich habe keine Rubine. Außer der Wolf, wir droppen jetzt welche. Richtig krass. Das ist ein Traum. Ich droppe mir einen. Ich kann trotzdem mal gucken, was er hat. Wenn ich nicht veraimen würde. Red Potion Bremen Mask. Bremen. 40 Rubine brauche ich für die Maske. Okay. Das ist eine weitere Maske. Die kriege ich. Ich komme mal später wieder zur Maske zurück. Assobald mich das hier einfriert. Oh, komme ich da überhaupt? Doch, ich komme ja so nochmal rein zu den Goron, oder? Ich muss ja nur mit dem NPC hier reden, meine ich. Ja. Ich will in den Goron schreien. In den Goron. Gehen wir rein. Oh nein. Sein Heulen ist links. Schreie. Oh Gott. Und diese glückliche Musik. Hilfe. Alter. Sind hier gar keine Rubine drin, den Schein? Gar nichts. Das kann doch nicht sein. Aber Dekostix hier. Komm mal. Ist hier ein Shop? Oh. Nur ein Herz, ein Skulltula. Diese Skulltulas, die verfolgen mich überall hin. Ja, ich komme ja schon. Oh Gott, dieses Schrei. Wirklich. Furchtbar. Oh nein. Brauche ich dafür die Goron-Bongos? Oder geht das auch so mit der Ocarina? Bitte sag mir die Ocarina, funktioniert hier auch. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich brauche die Goron-Maske. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Kacke. Ich kriege Song of Feeling wohl nicht so schnell wie du. Tja, ob ich die Maske jetzt herkriege, das ist die Frage. Da ist der Uhu. Aber das Auge der Wahrheit habe ich leider nicht. Und ich weiß, wo es ist und dafür brauche ich die Sora-Maske. Das wäre so ein Traum, wenn die Maske hier drinnen ist, ne? Mask of Truth. Das muss erlaubt, dich zu hören und zu verstehen, die Wissen von Gossip Stones und die Gedanken von Animals. Stimmt, die Gedanken von den Tieren kann man ja auch lesen. Ach, das Ding ist unsichtbar, ne? Gold of Dust. Warte, heißt das, ich kriege eine Flasche mit? Oh, let's go. Let's go, wir haben eine Flasche. Ultrastark. Jetzt kann ich auch den Sumpf endlich machen. Und zum Deko-Palast gehen. Da komme ich jetzt nicht wieder rüber. Nein. Oh, Gott. Okay, pass auf. Ich habe eine Taktik. Da war doch eine Plattform. Hä? Äh? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Oh, zu weit. Fähre doch durch. Ach, jetzt sind die Plattformen nachts weg. Ah, cool. Ich bin hier gefangen. Hammer. Ich muss die Zeit zurückdrehen. Ich habe keine Wahl. Ich bin hier gefangen. So schade. Äh. Na gut. Jetzt muss ich echt die Zeit zurückdrehen, weil ich mich gerade komplett gesoftlockt habe. Ach, du Kacke. Ich habe keine Wahl. Naja, zumindest habe ich eine Lebeflasche. Tschüss. Hahaha.